Es kommt in friedlicher Absicht. Es will Glück zu allen Menschen bringen. Doch es wird ihr schlimmster Albtraum sein. Wenn Sie jetzt nicht mitmachen beim großen McDonald's Monopoly Gewinnspiel, da gibt es jetzt Millionen von Preisen, zum Beispiel Big Macs oder 50 Kurzurlaubsreisen oder Camcorder oder sogar 33 Fiat Doblo oder Baguetta. Schnell mitmachen, denn jeder Achte gewinnt jetzt bei McDonald's. Vielen Dank.